Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, ja, so, ich muss das Bild wieder ordentlich machen, und zwar habe ich für euch heute ein PS4-Spiel, ist schon ein bisschen älter, aber ich habe es mir einfach mal mitgenommen, weil ich mir dachte, oh, kannst du ja mal ausprobieren, und zwar habe ich hier für euch Alien Isolation, Isolation, Replay Edition, ja, 30 Euro, wollte ich mal ausprobieren, weil das soll ein ganz nettes Horror-Spiel sein, wo es halt mehr um Schleichen geht, als halt quasi um Ballern, also hier soll es rein, hier soll es wirklich, hier geht es wirklich darum, viel, sag ich mal, zu schleichen, weil, um da leise durchzukommen, deswegen habe ich mir das einfach mal mitgenommen, weil, das könnte vielleicht sogar wieder mal, das ist sowas sein, was mir vielleicht liegen könnte, in Sachen, in Sachen Horror-Spiele. Hier steht übrigens noch, inklusive zwei Bonus-Missionen, Last Survivor und Crew Expendable, Spiele als Alan Ripley, Dallas oder Parker. Ja, ja, wie wirst du überleben, steht hier, also wir müssen quasi von so einem Alien, müssen wir da hier fliehen, wir müssen uns immer mal an dem vorbeischleichen, oder so. Wer sich hier nicht gruselt, der ist schon tot, okay, das sagt ja schon viel aus. Okay, hier ist die Discs, sieht eigentlich recht schlicht aus, also ich freue mich schon mal drauf, weil, ich freue mich da drauf, weil, das ist einfach, das soll ja wieder mal ein ordentliches Horror-Spiel sein, und deswegen, na, gucken, wie es so wird, ob es mich gruselt, oder ob es mich langweilt, mal mal sehen. Hier ist das erste Add-on, sage ich jetzt mal, Crew Expendable, mit der Code ist hier hinten drauf, okay. Das ist nochmal hier Alien Anthology, das ist quasi die Collection zum 35-Jahren Jubiläum, das ist quasi Blu-Ray, das ist quasi irgendwie, das sind Filme, das wäre auch ein Film. Und hier Last Survivor, nochmal, der Code. Ja, das war's hier leider schon, hier gibt's leider nichts weiter drin, dann war's das hier mit dem Unboxing, und wir sehen uns das nächste Mal, ciao.